Ich habe keine ahnung. Ja oh nice ne. Jetzt kommen wir uns in den Kanal. Holen Dias? Das tut. Jo Leute was geht ab und willkommen zu Turo 2 heute mit Made, mit Alex. Jo servus. Hallo. So wir schauen drauf in 3, 2, 1 drauf. Ja. Endlich mal wieder vereint. Meine Quads sind 4, 25 und minus 1,5. 437 und minus 324. Ich brauche noch das erstens jetzt. Okay ich brauche 2x Iron im Ofen. Ach. Wo ist es da? Ich lag das Server. Heißt. Nö eigentlich nicht. Die kommen aber nicht in den Ofen eigentlich. Dafür kann ich schon mal gar nichts. Jo ich bin Schwede. Irgendwo hatte ich noch kein Wasser eingeschüttet weil da Zombies waren. Genau hier. Ach so wenig Essen habe ich gar nicht. Sollt. Ich sag ich. Ich sollte meine Höhlen abgehen oder lieber zu dir gehen und. Kannst doch bei deiner Höhle bleiben. Das ist mir beurscht Alex. Ja man aber wir sollten das Zucker anpflanzen. Irgendwo. Ja dann pflanzt es doch an. Kannst du doch anpflanzen. Ja was brauchst du wirklich zum anpflanzen. Nein man erinnert aber wir müssen ja wissen wo es ist. Ja das ist zum Schluss. Da war jetzt auch nicht so viel Unmenge an Essen dabei gell. Muss dann eh wieder hoch. Irgendwann. Brauchen wir eigentlich noch viel Eisen? Eigentlich nicht. Glaube ich. Okay. Glaube ich halt. Gold hatte ich hier auf jeden Fall schon mal. Und selber ist keiner gell. Nö. Bin alleine. Schmeidig. Nö nö ist keiner da. Ja. Loll ist wieder. Ich bin leider hier live. Wenn wir das Scoreboard. Aus. Okay. Heide ist schwer gestorben gell? Weiß ich nicht. Ich glaube ja. Keine Ahnung ob heute schon jemand gestorben ist. Warum ist das Tripmein eigentlich eigentlich? Sodaler Käse war das das Tripmein. Ich schmutz mir noch ein bisschen Eisen für Eisenachst. Ah. Geht jetzt erstmal die Höhle ab. Okay. Guck mal wie weit mein Iron ist. Wo ist denn das Iron? Weiß ich nicht wo du deinen Iron versteckst. Doch. Das sind meine zwei. Sieben Iron fertig. Da müssten die sieben auch fertig sein. Genau. Ich glaube wir kommen einfach zu dir Steve. Kannst du tun. Magst du mir noch mal einen sagen? Warte. Draft ihr mir gerade eine Iron Pickel. Mach her. Guck mal. Was habe ich denn jetzt? Ich habe eine Hose und eine Brust. Das reicht mir. Ähm. 442 und minus 320. Ja. D richten. Minus 320. Ja. Okay es ist D richten. Gold. 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 Hast du Äpfel? Angehör. Angehör. Okay. Ich habe gar keinen. Du Lappes? Ne ne ne. Ich war noch nicht tief. Ich glaube ich gehe bergauf und zu Dekorts sonst verbrauche ich da viel zu viel Zeit hier. Du machen wie du willst. Du machen wie du willst. Geht bald. Wieder. Da hab ich guck. Ja. Die Leute machen wir mal hier. Oder auch nicht. Ja. Wo. Die Leute machen. Bei uns. Bei mir ist der Kinus. Ich bin glück nach 30 Minuten. Okay, ich bin glück. Ah ja. Also ich bin glück. mal zu dir hingehen. Boah beim Hupfen geht viel Essen weg. Ja. Deswegen nicht so viel Hupfen. Warte mal, jetzt mach ich jetzt mal hier noch. Ich kann jetzt zwei Öfen noch aufstellen. Hey ho, mit dem Pfeil Obsidian abbauen ist nicht so, aber... 10 Minuten. 5 Minuten schon wieder rum. Ja, die Zeit vergeht wie immer. Ja, wie im Flug. Die erste Zahl war schon 400 irgendwas, gell? 403 und minus 300. Hey, da ist eine Mühle. Was? Da ist eine Windmühle. Wo ist eine Windmühle? Da oben bei deine Quads? Echt? Ja. Windmühle? Kommst du jetzt auf Windmühle? Du, ich stehe davon. Okay. Aber die Spitzhacker benutze ich noch nicht, die verzauber ich dann erst. Wir schauen mal zu der Windmühle. Ja, mach mal. Wait. What am I doing here? Was ist das für ein Block? Okay. Hast du da random Wall-Berg-Hebem-O-Dum-Bau? Äh, hochwärts? Ne, random nicht. Nur so berghoch. Also, dass ich aus der einen Schlucht rauskomme. Okay. Oh, ich hab so viele Items wieder. Ja, ich auch. Ist auch voll. Wallet brauchen wir nicht, oder? Ne. Also, wir wollen Fallen einbauen, leider. Hm. Okay. Ja, so, das ist jetzt nicht einmal mehr. Hm. Wo lenke ich wieder zurück? Ja. Bin hier nix. Ja, auch kein Lava, oder irgendwo? Ich lach damals ca. 10 Kilogramm. Ja, machen wir wieder. Aber das Essen geht bei Krop, wenn man da Oma nur dumm stutzt. Ja. Clay brauchen wir nicht, gell? Nein. Kann nicht sein, dass ich erste Folge Dias finde und zweite Folge gar nichts. Jo, ich werde auch nicht Ground finden, weil ich bin da. You. Oh nein. Ah, hier brauchen wir nicht, gell? Ich unbedingt nein. Ey, wir wissen, dass wir nicht. Oh. 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 Okay. So. Die Kuh nehmen wir noch. Dann muss es reichen, bin ich evtl. Level 8 verlaute Kuh. Ich hoffe, dass du da bist, dann dass wir die Folge noch verzaubern können. Was? Du kannst ... ah, lord. Ja, ich kann verzaubern. Was? Du, who? Nein, aber du hast doch Zuckerrohr. Jo. Deswegen ja. ja ich bin ja nicht genau da wo ich bin runter ich bin nicht reingelaufen bin jetzt bei der wind amalek knapp davor das sind heu und kühe ich habe keine ahnung ich glaube nicht dass wir in der ersten folge fallen bauen das ist die kiste geschriftet da ist aber nichts drin ich gehe mal bergauf schauen also soll das eigentlich herkommen ok da ist nichts drin bring ich ins wasser mit dem creeper ja ich habe diaz nice oder die quads zu finden ist kann es einfach nicht naja wenn man zuerst zum windmühle geht und dann ist es richtig die 400 würde auch nicht aufheizen gut essen sief es sollten irgendwo ober dir sein mittlerweile dann machen wir jetzt ein mageter und boll um die punkto alle zu missen ups genau sief wo sind genau deine korts was war sie ich bin gerade hier im full fight gegen zombies skelette und creeper ja soll die höhle immer weg aufgehen wenn das zu tun ich gehe auch gerade zurück weil ich da meine schmiede irgendwo stehen ob dies geht mir nicht auf den sack so irgendwo hier war steve siehst du meinen namen schon weiß ich nicht alex ich bin gerade damit beschäftigt zu gucken wo ich meine dings hingestellt habe meine öfen du hast ein wolle block schweger du hast ein wolle block du hast ein wolle block da war ich ja hab ich die hier hingestellt wo ich da lang gelaufen bin ne ich glaube nicht in so einem mlg trau mich hätte ich nicht machen ne ich sehe dich noch nicht ja ich sneaker wo gibt es noch nicht wo sind meine öfen hingestellt ich finde meine öfen nicht mehr alles bist du in einer schlucht ja da unten da bin habe ich mich reingebaut ja drei minuten alter hm hm ich habe keine ahnung ja oh nice ne jetzt kommen wir uns in den canon und in dir aus erst steve du bist steve du hast aber sehr für den monster hm ich weiß da müsste du irgendwo dort bist wo du habe ich nämlich so im vierer takt runter gebaut so wie wir ihn immer runter bauen ja echt steve wo bist du habe ich dir doch gesagt ja wow die schlucht ist nicht so klar äh 436 436 und minus 270 270 nur sind wir richtig ja 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 ich habe ja wo ja 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 ich muss noch 50 glöcke ausbauen und habe es geschafft was hast du dann geschafft dann bin ich bei dir ja ich bin bei minus 300 in die richtung muss schauen können wir müssen bei minus 450 beim ersten koordinaten minus 430 wo war es habe ich ja doch jetzt dreimal gesagt steve gibt keine ahnung ich bin aber die firmen kompletten scheiß gott gleich oder ich ja ist doch egal ich will noch das was ja super raum bauen wie macht du was noch 10 sekunden ach zu lang juhu lord das war es für der zweiten folge ich habe nochmal 8 dios ich habe 17 diamantens ich hab genau gar nichts außer für essen und holt und ich finde meine öfen nicht mehr gut leute das war es wir sehen uns an der nächsten folge haut rein und ciao bye bye